Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um unsere Wickeltasche. Ich wollte sie euch heute vorstellen und euch mal zeigen, was da so drin ist. Viel Spaß! Ja, also, wir haben die Lessig Signature Bag. Und das ist die kleine Version von der Neckline Bag, sozusagen. Die ist schwarz und hat so braune Ledergriffe, sozusagen. Genau, und ist eigentlich eine richtig, richtig schöne Frauenhandtasche. Man kann sie halt so einfach so umwerfen oder man kann sie mit dem Schultergurt tragen. Und ich finde an Wickeltaschen wichtig, dass sie wirklich aussehen wie eine ganz normale Handtasche. Und genau, deswegen habe ich mich für diese hier entschieden. Und was ich auch super finde, die hat wirklich unglaublich viel Platz, was man von außen überhaupt nicht glaubt. Und ich bin schon immer ein Lessig Fan gewesen und deswegen musste eine Lessig her. Auch wenn die ziemlich teuer sind, war ich einfach so begeistert von Lessig. Und deswegen habe ich mir diese Variante hier gekauft. Genau, ich wollte jetzt einfach mal kurz zeigen, was da so drin ist und wie sie aufgebaut ist. Also zum Aufbau, wir haben hier ein großes Fach, das ist mit einem Reißverschluss geschlossen. Hier haben wir außen vier kleine Fächer. Die seht ihr hier immer. Die sind sozusagen hier in diesem Bügel mit drin. Also die sind außen hier, diese Fächer sind das hier. Und die sind auch wirklich richtig, richtig groß. Und da passt super viel rein. Hier am Rand haben wir noch ein weiteres Fach. Da passt nochmal auf diese Fläche hier etwas rein. Und obwohl das Fach hier drin schon richtig voll ist, passt hier außen immer noch was rein. Das finde ich echt super. Genau, und so ist sie im Endeffekt aufgebaut. Im großen Fach drin haben wir noch relativ viele kleine Fächer. Aber dafür müssen wir sie erstmal austauschen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Also, ich würde sagen, fangen wir mit den kleinen äußeren an. Also diese kleinen Fächer, die hier so am Rand entlang laufen. Da habe ich immer Sachen drin, die ich ziemlich schnell greifen muss, wenn irgendwas passiert oder irgendwas ist. Zum einen habe ich hier oben ein kleines Mama-Fach. Da habe ich immer mein Handyladekabel drin, mein Handy, mein Geldbeutel oder irgendwas, was man halt schnell greifen muss. Jetzt sind da nur noch Taschendücher drin, weil ich halt die anderen Sachen immer erst rein tue, wenn ich gerade unterwegs bin oder kurz davor bin, unterwegs zu gehen. Genau, da tue ich auch so ein Schlüssel. Hier ist auch extra so ein Haken, um Schlüssel festzumachen. Also es ist wirklich das Mama-Fach sozusagen. Dann haben wir ein Fach. Da habe ich einmal eine Flasche drin. Einfach eine ganz normale Flasche mit schonem Wasser drin. Das finde ich ganz praktisch, wenn man schon eine Flasche hat, die schon mit Wasser gefüllt ist. Das ist bei uns jetzt nicht so wichtig, bei Reborn-Babys, dass es nicht warm ist. Und dementsprechend habe ich das Wasser einfach da drin und kann einfach die Wickeltaschen nehmen und losgehen. Dann haben wir außerdem hier noch so eine kleine Flasche sozusagen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Und die kann man so aufdrehen und dann ist da Pulver drin. Also unser Kaffeeweißer, unsere Fake-Milch. Und das reicht ungefähr für drei, vier, fünf Flaschen. Und das habe ich immer so dabei. Und wenn ich unterwegs bin, mache ich einfach die Flasche auf, davon ein bisschen rein, einfach schütteln und es ist fertig. Und genau, das finde ich so ein super Kombi und mehr braucht man einfach nicht. Dann haben wir in einem großen Fach ein Spucktuch drin, also eine Mullwindel. Die nehme ich eigentlich immer als schnelles Regenverdeck sozusagen oder als Sonnenschutz oder als kurz mal Verdeck oder halt wenn man in einer großen Menschenmasse steht und nicht unbedingt will, dass man die Kleinen so offensichtlich sieht. Dann nehme ich einfach das kurz, werfe es kurz über den Kinderwagen und fertig ist. Dann haben wir in der letzten Tasche einfach nur ein Kuscheltier, um die Kleinen zu beruhigen. Das ist jetzt der Hase von, äh, der Löwe von Bennet, den er mitgebracht hat. Und genau, der befindet sich auch noch hier außen einfach. Genau, und dann kommen wir auch schon ins innere große Fach. Das kann man, wie gesagt, mit einem Reißverschluss verschließen. Und das erste, was wir direkt sehen, ist ein Schnuller. Das ist nämlich dieser hier, der ist für Bennet jetzt, weil ich habe diese Tasche jetzt so für euch aufgebaut, wenn ich mit Bennet rausgehen würde. Und ich baue sie halt um, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Mehl rausgehe. Manchmal habe ich beide dabei, dann habe ich auch alles doppelt dabei. Und genau, jetzt ist sie so aufgebaut, dass ich mit Bennet unterwegs bin. Da haben wir einfach einen Nuck-Schnuller mit passender Schnullerkette als Ersatz dabei. Er hat immer einen im Kinderwagen, aber ich habe auch gerne mal einen Ersatz dabei. Dann haben wir ein Kirschkernkissen, das ist von Hip. Und das ist so ein Kirschkernkissen. Das tut man in die Mikrowelle, wenn Babys zum Beispiel Bauchschmerzen haben oder so. Und ich bin ein Fanatiker davon. Wenn ich Unterleibsschmerzen habe oder Regelschmerzen, das ist einfach ein Traum. Und ich habe es dabei, weil ich es, wie gesagt, optisch auch wieder sehr schön finde, wenn man sowas dabei hat. Oder beziehungsweise einfach, ähm... Ich mag Wickeltaschen von Reborn-Babys, die wirklich aufgebaut sind für ein echtes Baby. Und ich finde sowas auch super praktisch, wenn man mal unterwegs ist. Man kann die auch manchmal im Restaurant erwärmen lassen. Einfach kurz für eine Minute in die Mikrowelle und dann ist es kochend heiß. Und das finde ich wirklich super. Auch für sich selber im Winter einfach kurz im Restaurant fragen, ob das warm gemacht werden kann. Und da hast du warme Hände. Also ich habe sowas gerne dabei. Er ist direkt jetzt im Winter und ich finde das einfach total cool. Also so eine richtig coole Erfindung. Dann haben wir das nächste dabei und das ist unser Pflegeset. Das brauchen wir jetzt immer nur für Benetton. Und, äh... Genau, das ist für seine Haare und der Pinsel ist hier für die kleinen Hautfalten der Babys. Das ist so ein ganz normaler Pinsel. Und den haben wir auch immer dabei, auch wenn Mel dabei ist. Und das andere ist unser Pflegeset, wenn wir mit Benetton unterwegs sind. Einmal wieder so eine Flasche wie von dem Futter. Da ist aber unser Wasser drin für seine Haare. Und einmal eine Zahnbürste für seine Haare. Genau. Das ist unser Pflegeset, das haben wir immer dabei. Wenn Benetton dabei ist, greife ich einfach schnell am Wickeltisch. Weil ich mache so oft seine Haare, während wir spazieren sind. Und das finde ich so wichtig, weil sonst sieht er auch wie so ein kleiner Strubelpeter sozusagen. Genau. Und das nächste, was wir dabei haben, ist unser Bekleidungsset. Das habe ich euch schon mal in einem alten Video gezeigt von meiner Wickeltasche. Und das hier ist eine kleine Rolle mit einem kompletten Babyset. Und super platzsparend. Ich glaube, platzsparender geht es kaum. Genau. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Und das ist so aufgebaut. Und am Rand haben wir schon mal die Sackchen. Können wir einfach so abziehen. Zack. Dann haben wir schon mal ein paar Socken. Dann könnt ihr das hier einfach aufrollen. Das ist wie so eine kleine Rolle. Und hier liegt dann ein Body mit einer Hose. Da könnt ihr natürlich noch eine Mütze reinlegen. Ihr könnt hier auch noch einen Pullover mit reinlegen oder irgendwas. Ich finde, dieses Set ist immer ganz praktisch mit einem Langarmbody und einer Hose oder einer Leggings. Weil wenn das Baby wirklich was daneben geht oder wenn das Baby was daneben macht, dann ist es eigentlich immer nur das, was du auswechseln musst, außer es spuckt den Pullover voll. Und genau. Deswegen habe ich immer so einen Langarmbody und die Hose dabei. Und das wird einfach so gemacht, dass du den Body vor dir hinlegst, komplett aufklappst, die Hose nimmst. Und wir haben jetzt hier so eine Hose. Die legst du einfach so, als wenn das Baby das an hätte. Dann schlägst du die über bis zum Rand hier unten vom Body. Also hier ist der Bodyrand. Und hier der Hosenrand jetzt. Klappst du einfach so über. Machst hier rein, was du noch möchtest. Also wenn du einen Pulli hast, legst du den einfach so hin, wie der Body ist. Und dann eine Mütze legst du einfach rein. Dann machst du die Ärmel rüber. So. Und dann kannst du das Ganze einfach so einrollen. Am besten ganz zusammen quetschen, damit es noch mehr platzsparend ist. Und dann machst du einfach die Socken einfach so über den Rand. Am besten nicht zu weit, weil ihr seht, wie klein diese Babysöckchen sind. Und die leiern sonst ziemlich schnell aus, wie ihr hier seht, weil der halt so geweitet wird. Und deswegen habe ich einfach nur so ein Stückchen hier, was nicht so schnell ausleiert. Und diese kleinen Fitzel hängen hier einfach so. Die kann man aber einfach so umklappen und dann in die Wickeltasche. Also das ist wirklich super. Wir sind hier am mittleren Fach. Und hier sehen wir als nächstes so ein dickes Molltuch. Das ist einfach ein dickes Spucktuch sozusagen. Das ist richtig, richtig, richtig schön dick. Da kann man auch gar nicht durchgucken. Und das ist nämlich super gern zum Wickeln. Wenn ich die kleinen unterwegs wickele, dann lege ich es einfach gerne auf den Wickeltisch oder halt auf öffentliche Wickeltische oder auf einen ganz normalen Tisch oder auf der Unterlage, wo ich ihn gerade wickele. Und dann hat er das Essen super weich und es ist hygienisch. Was natürlich jetzt bei Reborn Babys nicht so wichtig ist, aber ich mag es einfach viel lieber, wenn ich selber weiß, okay, ich habe jetzt keine Angst, dass ich mein Kind da hinlege. Und deswegen habe ich mal so ein Tuch dabei. Das finde ich auch super, wenn die Kinder zum Beispiel in Sommer einfach mal auf der Bank liegen im Park oder auf dem Rasen liegen. Dann kann man sie einfach das ausbreiten und da hinlegen. Dann geht es weiter. Da haben wir einmal eine Packung Feuchttücher. Das ist einfach so eine Mini-Packung von Butni. Die habe ich eigentlich nur, weil ich finde, das reicht auch vollkommen für Reborn Baby. Genau, dann haben wir ganz unten noch ein weiteres Spucktuch und das ist dann für das Füttern oder so und einfach für das Päuerchen sozusagen. Und dann als letztes haben wir natürlich auch noch dabei Windeln. Da haben wir immer zwei Stück dabei. Je länger wir unterwegs sind, packen wir natürlich mehr ein oder desto mehr Babys dabei sind, packen wir natürlich mehr ein. Und das sind jetzt die Pimpers in Newborn in Größe 1. Dann habe ich immer noch so ein kleines Babyset dabei, jetzt im Winter oder auch im Herbst. Und das besteht so aus so kleinen Fäustlingen. Einfach so kleine Fäustlinge. Ein Halstuch von H&M. Und einer Babymütze von H&M. Und das war es auch schon. Das war unsere Wickeltasche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde mal gerne interessieren, was ihr so in eurem Wechseltaschen habt. Ob ihr überhaupt eine habt, das ist eine ganz große Frage. Weil ich hatte sehr, sehr lange Zeit eine. Dann hatte ich wieder ganz, ganz lange keine. Und jetzt bin ich super glücklich, dass ich wieder eine habe. Und auch so eine schöne, weil mit der geht man wirklich gerne raus. Ich versuche sie mal in der Infobox zu verlinken, wenn ich sie finde. Und sonst müsst ihr einfach mal bei Lessig schauen oder bei Ebay kleiner zeigen. Findet man die auch super günstig. Und genau. Ich hoffe, es hat euch ganz gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.